Nr.A Ah! Oh mein Gott! Das hat er. Okay krass. Na ja, sowas safe. In COD-Ghost war Snoop Dogg die Stimme. Safe! Geil! Das war echt nice. Das ist geil. Und dann gibt es Leute, die haben es auf Deutsch gespielt. Warum auch Tosny Ghost so geil war, weil... Wir hatten in einem Trailer, hatten wir ja Eminem auf dem Form, das war halt nett, weißt du, ein fucking Trailer und Eminem macht einen Song dafür, oder die nehmen einen Song aus dem neuesten Album, das war auch, das war sehr nice. Ja der Song ist auch geil, so willst du es wieder sagst ey. Ja ist auch klar, also ohne Witz, die können jetzt, die können jetzt acht Jahre chill, dann können die das Gefühl nochmal machen, ist wieder geil. Einer noch bei mir, oh neues Team, ist doch schlecht, oder nicht? Ja, ich geh Putzplades. Direkt vor dem Max, nice. Ah ne, er hat's gemeint, ich kann auch nicht um, hier im Haus, zwei, einer noch. Habe ein. Scheiße. Ha? Ja. Ich hatte so die Doppellauf bereit, alter, die ist so geil hässlich. Die Shotgun. Die ist so hässlich, ich wollte mit diesem Rotpunkt da vorne dran, so ne scheiß hässliche Waffe. Oh, los, oder, wer war das Fenster? Ich weiß nicht, äh, auf Orange war ein Gegner, direkt hier, da können wir drauf fliegen und wir können eine Drohne holen, hier an dabei. Ich würd hier auf Drauhämmer landen. Hier geht einer in der Luft? Ganz frech. Hier, Life Mark. So, dann hol ich kurz. Komm zu mir Mike, direkt, sonst werd ich wieder geholt. Ja Titz, hast du was? Hab ihn. Hahaha, get shit on, ich will T-Baggen. Oh, unter mir. Ah, hinter den Kastikana. Hab ihn, Max, hab ihn. Hahaha, die Doppeläubige in seine Brust gehalten und abgedrückt. Was für ne geile Action. Du hast mir so den Kill geklaut. Hahaha, ich hab die Waffe einfach in seine Brust gesteckt. Die ist so hässlich, die Waffe. Äh, geil. Der ist auch sauer. Hahaha, ich wollte zuerst den Typen in der Luft, war schon mal epic und dann direkt auf den anderen gelandet. Geil. Ja, der Luft war nice. Ich seh ihn nur so runterflattern. Let's go, doppelläufig Level 2. Bei mir. Oh. Ja. Nice. Oh, wir können... Wir können auch load up holen. Ja. Es sind beide zwischen Garage und Hecke. In der Garage einer. Hab einen. Noch einer in der zweiten Garage hinten. Zwei. Ah. Ich brenn. What the fuck? Wo? In der zweiten Garage drin, in deiner Garage. Hat der Schlag? Alle tot, alle tot. Gut, gut, gut. Das ist schwierig. Oh, der hat wieder Aim-Board auf mich. Ah, die fahren mit dem Auto. Einer ist vor mir. Einer ist direkt. Oh mein Gott. Einer ist direkt vor mir, Max. Direkt bei mir. Ich schieße immer auf den anderen. Ey. Ich bin zurück. Ich bin zurück. Kann ich da noch landen auf meinem Loot? Ne, ne, ne. Aber hier ist Loot sonst. Wo ist denn der Gegner? Hier ist alles voller Geht. Ey, zwei Teams vor mir. Kann auch noch eine Lodi kaufen. Aber warte, wo bin ich gestorben? Ich bin ungefähr da gestorben. Ich bin genau da gestorben. Nice. Fluss. 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 Ich bin immer noch so lang. Ich habe einen Luftgebräck in dem Cluster. Fluss. 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 Noch ein Team. Noch ein Team. Noch ein Team. Oh nein. Ich habe zwei geholt. Einer noch. Minimum. Können ich mich jetzt? Nice, Max? Ich wallbänke die ganze Zeit. Nice, Max! Let's go! Das ist eine gute Frage. Gute Frage, Max. Das habe ich noch nie in meinen Kopf zerbrochen. Bei dem Thema habe ich nicht so aufgepasst, um die Geschichte zu durch. Auf die Reppe im Shop. Zwei Teens. Ist das Teamwipe groß ist, oder? Noch ein Team, noch ein Team, noch ein Team, noch ein Team. Im Shop-Haus. Hier drin. Und vorne erhoben. Und vorne links, beim Baum. Ich riskiere. Kannst du einen Low die direkt schmeißen? Oh, ich habe sie in die Kehr schmeckt. Oha. Die Tauern ist fest. Wer bist du? Kommst du auf deinen Team, dir KO? Nice, sehr stark, sehr stark. Noch ein Team-Wide. Ich dachte, ich hätte Wurfmesser. Ich werfe einfach zu viel ins Gesicht. Warte, ich cluster mal die Jungs hier. Oh, die schießen auch auf mich. Einer ist noch von denen. Ja, Chris, ja. Ja. Habe ich kurz geladen? Ja, hier. Ich denke. Da oben, ja. Einer unter uns noch. Ja, Domi. Nice. Was ist das für ein Fahrzeug? Das sind gegnerische? Das fahrt's nicht ab, das ist einfach so von der Map. Links am Dach chillt einer. Hier, hat er rausgeschossen. Irgendwo ein Airstrack. Airstrack Mike, Mike! Von wo? Von wo? Hier an dem Treppenhaus. Du wurdest doch von hinten abgeschossen, oder? Ja, sie ist von links. Oha! Oh, wie gut. Du hast ihn einfach geholt, was? Der kämpft oben auf dem Strommasten. So, welcher? Wo, wo? Den, was du auf der Map siehst. Links von uns. Beritagia, er ist markt. Ab ihn! Er springt runter, er ist 1. Er ist absolut 1. Oh mein Gott, Jungs, das könnte so eine huge Runde werden. Wir müssen jetzt echt klug spielen und zusammen. Ja, und Highground. Richtig chillig und früh in die Zone und so. Das ist jetzt einfach ein sicheren machen. Wir machen jetzt einen sicheren. Zwei Fliegen auf euch, auf euch, auf euch! Ziesi Ziesi Ziesi! Nice! Noch einer über euch! Hits! 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 Vor uns, vor uns, vor uns. Max, lass uns mal den rechts unter uns holen. Siehst du den auf der Drohne? Ja, hier. Der andere ist oben auf dem Dach und vom Hill oben. Mike, kannst du die lasern? Ich hab keine Muni mehr. Geht grad noch nicht. Schade, dass ich Position bekomme. Max, war der auf dem Dach? Nein, so halb auf dem Dach. Auf dem etwas niedrigeren Dach. Oh, vor mir im Fluss. Da ist er wieder. Haben ihn wieder angeschossen. Seht ihr den auch, wenn er bei mir leuchtet? Äh, jein. Ich seh den grad nicht. Der war genau da, wo du ihm warst. Da ist auch noch was drin. Ja, vor mir. Nice. Zauber. Max, ich glaub irgendwo hier oben am Hügel. Aktuell im Fluss war was vorhin. Hier. Fluss? Ich hab ja eigentlich geblieben, ne? Ey, wir sollten vor uns zum Ballon gehen. Ja. Ey, ey, komm Mike, hier. Wir gehen mit dem Cross nicht. Ich hab ihn gesehen an der Mauer. Einer ehrlich ist hier am Stein, hier am Stein. Direkt bei dir, direkt bei dir, direkt vor dir. Bei mir noch einer, Max One. Mike, Mike, bei mir One-Shot. Hab ihn K.O. Nice, Max. Oh mein Gott, so wichtig. Kriegst du dich geself-Rest? Ja. So wichtig. Alter, war das ein wichtiger Kill? Das war der wichtigste Kill ever, Max, von dir. Alter, du. Let's go. Wow. Wuh. Ein Cluster auf mich. Von links, Mike. Links von dir. Die müssen wir holen. Die Linken haben auch noch Spieler, Alter. Hier sind so viele Spieler gerade. Ja, das sind noch gute Spieler. Okay. Max, du siehst die vor uns eigentlich. Also ich hab jetzt... Ich hab jetzt High Ground komplett. Hey, schieß doch. Hier ist nirgends um die Deckung. Ich hab jetzt null Platten noch. Hier ist nirgends um Deckung. Warte, Max. Okay. Hier hab ich's nicht platzieren. Jetzt. Da oben. Ich hab noch eine Platte und keines... Jungs, wo? Hier im Tower war gerade einer. Sheetbreaker. Destination markt. Ich kann's nicht markieren, aber der Tower. Ähm, lass mal, lass mal... Ich hab keine Platten mehr jetzt. Lass mal rechts zum Haus gehen. Mike, hier. Weil hier haben wir gleich Deckung. Und da in dem Haus dann dabei ist wer drin. Also direkt vor mir ist wer drin, Jungs. Einer liegt hier. Moin. Was? Er im Haus drin. Die müssen aber... Die müssen gleich raus. Einer ist One-Shot. Einer ist schon weiter links. Einer ist schon weiter links. Die müssen gleich raus. Geh da nicht hin. Nein, 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 nein. Die lasern. Die lasern. Okay. Wo? Oben ist einer. Nice. Die gehen nach hinten weg. Ey, Cluster, Cluster hier raus. Der drüben dreht sich gestorben. Oh, da schiebt noch einer auf mich. Ja, ja, ja. Hab ihn. Nee, ich bin sehr stark. Sau stark. Okay, wir gehen jetzt mit der Zone runter. Ist schon hier Steps? Kann nicht sein. Kann nicht sein? Kann sein. Nee. Ja, keine Platten. Okay. Okay. Keine Platten. Ich hab acht. Komm her. Komm her. Ja. Das waren alle. Fuck. Warte, ich dropp den wieder. Mach du das lieber. Guck besser. Super. Sehr schön. Sehr stark, sehr stark. Er sitzt hinter mir. Wurscht, ich kann nicht. Kommt ihr? Ja. Hab ihn. Nice, sehr schön. Bei Gott. Unten im Haus. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hab den k.o. Hab den finish. Hab den finish. Hab den finish. Lass nach. Lass nach. Doch, doch, hier unten. Ich habe eine Barrikade aufgestellt, Jungs. Oh, die müssen. Die müssen. Ich könnte 30er noch machen. Ich brauche noch zwei Kills. Können wir die lassen? Ja. Das wäre geil. Einfach zwei Kills noch. Wäre top. Oh, jetzt ein anderes Team. Wo, Max? Oh, ich bin scheiße. Ich bin scheiße. Wo, wo, wo? Ja, links noch eins. Okay, den habe ich, den habe ich. Richtig. Einer noch, Mike. Ich brauche noch einen. Ja, genau hier am Loot. Zwei. Ja, ja, ja. Die kommen. Ich habe ihn. Einer noch. Einer gibt es noch. Eine Platte. Wo ist der? Er hat direkt gut. Let's go! Oh, mein Gott. Holy shit. Das war die allergeilste Caldera-Runde ever, oder? Woo! Geile Runde. Holy shit. Let's go! Alter. Der ist ja stark. Geil. Da ist sie, die Ferdibomb. Also krank, Mann. Krank. Geil, 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 die haben sehr stark gespielt. Auch sehr taktisch zum Schluss. So sollte man eigentlich spielen. Wir haben Kills und wir haben auch so hingeholt, weil wir gut gemoved sind. Genauso muss es sein. Das war eine richtig geile Runde. So braucht das Set. Zum Glück haben wir noch nicht auf Rebirth oder so gewechselt. Ey, ja, safe. Ja, die Leute schreiben hier wieder sowas. Oh, das sieht nicht so gut aus und so. Ja, ja, ja. Geil. Fett. Digga, du hast 23.000 Punkte, aber du hast 10.200 Damage. 23.000 Damage, ja. Was ist es? 32 Kills. Und Mike 17. Ich hab sechs. Wann hatte ich mal sechs? Das ist gefühlt mein Kill-Rekord. Sechs sind wirklich gut aus. 2.100 Damage. Ja, die Brennen ist schon geiler irgendwie. Ja, ja, die Brennen-Charlotte komplett. Fett. 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 Untertitelung des ZDF, 2020